Mein Stockeinsatz variiert je nach der Steilheit vom Gelände. Je steiler ein Gelände ist, desto häufiger nehme ich den Doppelstockschub, das heißt beide Arme gleichzeitig und auf einen Doppelstockschub folgen meistens drei, vier Schritte und wenn das Gelände lange flach dahin geht, mache ich meistens diagonal, das heißt gleichzeitig diagonal Arm- und Beineinsatz und die Stöcke sind auch als Takt- und Rhythmusgeber, sodass die Beine und die Schritte dem Stockeinsatz freuen.